Willkommen! Diesmal haben wir etwas Besonderes für euch. Einen Wettbewerb. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen mitzumachen. Das Thema des Wettbewerbs ist Kinder haben Rechte. Auf der Abbildung findet ihr alle Kinderrechte, zum Beispiel das Recht auf Bildung und das Recht auf Gesundheit. Sucht euch für den Wettbewerb ein Thema aus und formuliert dann ich will mich frei bewegen zum Beispiel oder gleich behandelt werden oder ich will mit anderen Kindern spielen. Das setzt ihr dann kreativ um, zum Beispiel mit eins unserer vergangenen Themen, zum Beispiel das Mini-Me, ihr könnt eine Collage gestalten zu einem Thema oder aus unserem letzten Video etwas zeichnen oder ihr könnt auch ganz kreativ ein eigenes Spiel entwickeln. Natürlich geht auch ein Thema aus den anderen Videos. Hauptsache ihr seid kreativ. Euer fertiges Bild oder Werk könnt ihr dann persönlich im Stadtteilbüro abgeben. Wichtig ist, dass ihr euren vollständigen Namen, euer Alter, eure Adresse, eure Telefonnummer und E-Mail hinten auf das Bild drauf schreibt. Bei weiteren Fragen wendet euch am besten direkt an das Stadtteilbüro. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und viel Glück. Bis zum nächsten Mal.